Hallo, hier ist David Hamilton von Creative Labs und wir sind hier in IFA 2018 und wir präsentieren unsere neue externe Soundkarte, die G6. Das ist die Nachfolger von G5, aber dieser hat zweimal so viel Resolution als die andere, also 32 Bit, 384 Kilohertz und es hat ein Signature ratio von 130 Dezibel, also so gut. Was sehr, sehr nützlich dafür ist, dass das hat einen sehr empfindlichen Headphone-Ausgang, also Kopfhörerausgang, das unterstützt bis an 600 Ohm Kopfhörer, also ein sehr, sehr hochwertiger Kopfhörer. Man hat einen Schalter da, man kann wählen normale oder Profi Kopfhörer. Das hat also wie die anderen, also dieselbe Software, aber es hat noch mehr Funktionen. Sie können alles selbst wählen, also für hohe Tiefe und alles speichern. Diese Presets für alle möglichen Games und es gibt eingebaute Presets, die schon gespeichert werden für alle möglichen neuen Games. Was noch? Also ja, ist mehr oder weniger dieselbe Qualität oder ein bisschen besser als unsere interne Soundcard von letztes Jahr, die AE5, was ein Gewinner von der Klassifikation in CES 2018 war. Was noch? Also wir, das kostet 149 Euro. Es ist sofort kaufbar in Geschäften und online und also viel Spaß damit. Klapf ist eine Kanadung und am Ausbleten, dann sagt er das çalışt mit mehr doach. Also, es wird, dass wir